Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Bulldozer. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam, oder umhäkeln besser gesagt, wir umhäkeln kleine Ostereier, prima zur Dekoration, so einem tollen Netzmuster. Ich zeige euch heute beide Varianten, einmal hier ganz schlicht und einmal hier unten noch mit so einer Quaste dran. Wenn ihr noch neu hier seid auf meinem Kanal, freue ich mich, wenn ihr diesen abonniert. Das ist völlig kostenlos für euch und um keine weiteren Anleitungen zu verpassen, könnt ihr gerne noch diese kleine Glocke aktivieren. Um so ein solches Osterei hier zu umhäkeln, klar brauchen wir erstmal so ein Plastik-Osterei. Ich habe mir hier welche bei Teddy war das, geholt. Das war so eine ganze Section für 1,55 Euro. Also die bekommt man wirklich schon recht günstig. Ich umhäkel das Ganze heute wieder mit Baumwolle, 50 Gramm auf 170 Meter. Ihr könnt natürlich aber, wenn ihr lieber einen feineren Look halt hier möchtet, auch prima Filetgarn benutzen. Das wird auch ganz schön. Ich mag halt es gern, wenn es ein bisschen rustikaler aussieht. So, also wie gesagt, ich verwende Baumwolle, 50 Gramm auf 170 Meter, wieder in weiß. Könnt ihr natürlich Farbe nehmen, wie es euch gefällt. Und wir häkeln das Ganze heute wieder mit einer 2 Millimeter Häkelnadel. Ihr braucht dann noch eine Nadel und eine Schere. So, dann starten wir jetzt direkt auch schon. Achso, und natürlich, wer möchte, kann hier noch das Ganze nachher mit Glitzersteinen und Perlen und sowas verschönern. So, jetzt starten wir aber erstmal. Wir machen uns einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. So, habt ihr das geschafft, zieht ihr den Finger raus und jetzt zieht ihr den Fadenring hier mal noch nicht ganz so, sondern nur so gerade noch so ein kleines bisschen, dass hier noch so eine kleine Lücke bleibt. Denn jetzt machen wir direkt unser Osterei schon hier durch. So, das klappt ganz gut. Wenn ihr kurz die Nadel rausholt, einmal in den Fadenring geht, könnt ihr prima hier diese Schlaufe hier durch diese, ja, durch das Loch hier durchziehen. So, also an meinem Osterei hier ist so eine kleine Perle dran. An den meisten ist das, also diese Plastikeierperle oder so ein kleiner Plastikverschluss. Da können wir nämlich jetzt hier prima das noch so drüber stülpen. Habt ihr das gesehen? So, dann sieht man diese kleine Perle nachher auch noch, ne? So, dann gehen wir wieder in unsere Arbeitsschlaufe hier hinein. Diesen Anfangsfaden, den ignorieren wir jetzt erstmal, den vernähen wir uns später. Wir schließen das Ganze jetzt erstmal zu einem Kreis, indem wir in die erste Masche einstechen und uns eine Kettmasche ziehen. So, es geht jetzt weiter mit fünf Luftmaschen. So, fünf Luftmaschen und wir häkeln jetzt hier in diesen Fadenring, wo unsere festen Maschen sind, stechen wir ein und machen uns eine feste Masche. So, und jetzt entsteht hier in dieser ersten Runde schon dieses typische Netzmuster, ja? Es geht wieder weiter. Fünf Luftmaschen. Und wieder eine feste Masche in diese nächste Masche hier unten. So, und das wiederholt ihr jetzt hier komplett, bis ihr insgesamt von diesen Luftmaschenbögen sechs Stück habt. Bin ich wieder zurück, also wie ihr seht, habe ich jetzt hier insgesamt sechs von diesen Luftmaschenbögen. Es waren hier immer fünf Luftmaschen, ja? Wen jetzt hier diesen Anfangsfaden schon stört, kann den jetzt gerne schon hier irgendwie so ein bisschen durchziehen und vernähen, ne? Ich mache das halt nachher erst. So, wir hatten jetzt hier immer fünf Luftmaschen und es folgen nun vier Reihen je diese Luftmaschenbögen, aber mit sechs Luftmaschen, ne? Wer möchte, kann sich jetzt auch hier so einen Markierungsfaden einlegen, ne? Um die Runden nachher besser zu zählen oder ihr zählt es euch einfach so mit, ne? Das ist ganz nach Belieben. Oder so einen kleinen Haken hier rein, gibt es ja auch diesen Maschenmarkierer, ne? Wenn ihr sowas habt. So, wir häkeln jetzt einfach hier sechs Luftmaschen. So, die sechste. Und jetzt setzen wir das hier in diesem Luftmaschenbogen an. Einmal durch und eine feste Masche. So, das war's schon. Wieder sechs Luftmaschen. Und in den nächsten Bogen das Ganze verbinden. So, also ich denke, das ist ganz klar, ist eigentlich ganz einfach, ne? So, sechs Luftmaschen und in den nächsten Bogen wieder eine feste Masche. So, und das macht ihr jetzt immer rundherum, bis wir insgesamt von diesen Luftmaschenbögen mit diesen sechs Luftmaschen halt insgesamt vier Runden haben, ne? Ich mach die schnell und dann sehen wir uns gleich. Ah, hier bin ich wieder zurück. Ich hab jetzt meine vier Runden hier gehäkelt. So schaut das Ganze aus. Wenn ihr euch jetzt keinen Markierungsfaden oder Markierung hier eingelegt habt, könnt ihr euch das auch prima einfach so zählen, ne? Schaut mal, hier war die erste Reihe mit diesen Fünfer, also immer fünf Luftmaschen. Und dann zählen wir einfach hier erste Runde, zweite, dritte und die vierte, ne? Also es ist ganz leicht, könnt ihr auch zählen, ne? So, es geht jetzt weiter noch mit einer Runde wieder nur mit fünf Luftmaschen. So, da hängen wir wieder am Anfang, da haben wir nur fünf Luftmaschen. Fünf, und dann machen wir eine Runde hier. Hier einen Luftmaschenbogen mit fünf Maschen halt. Habt ihr dann diese Runde hier auch geschafft, geht es jetzt weiter, dass wir hier in jeden Luftmaschenbogen eine feste Masche hineinhäkeln. So, also wir sind jetzt hier bei unserem letzten Luftmaschenbogen angekommen, haben wir eh verbunden mit einer festen Masche, ne? Und jetzt häkeln wir in den nächsten Luftmaschenbogen hier auch wieder eine feste Masche, in den nächsten wieder eine feste Masche. Und dann merkt ihr schon, wie sich das Ganze hier nach oben hinzuzieht. Hier noch eine rein. Und wenn ihr dann hier durch alle Luftmaschenbögen seid, stecht ihr noch hier in diese erste wieder ein und zieht euch gerade eine Kettmasche. Jetzt lasst ihr hier ein bisschen faden, schneiden wir ab, einmal durchziehen und jetzt schaut das Ganze so aus. Und diese kleine Öffnung, die schließen wir jetzt noch. Dazu holen wir uns unsere Nadel. Und das machen wir jetzt wie folgt, dass wir hier einmal, wo wir diese feste Maschen hatten, immer durch das vordere Maschenglied einmal die Nadel so hindurch schweben. Das macht ihr jetzt hier rundherum. Immer durch das vordere Maschenglied. Und wenn ihr dann hier einmal komplett außenrum seid, dann zieht ihr an diesem Faden und habt ihr gesehen, dann ist diese Öffnung auch schon verschwunden. Den restlichen Faden, den vernähen wir uns jetzt noch. Das reicht, wenn er dann einfach so bis hier hin und höher, so ein bisschen durchschwebt. So, und dann schneiden wir uns das Reststück hier einfach weg. So, diesen Anfangsfaden von eben, den vernähe ich mir jetzt noch schnell. So, also wie ihr seht, ist das wirklich eine super leichte Variante, geht rucki zucki. Das ist wirklich einfach ein super schönes Ergebnis. Also man könnte jetzt auch natürlich, wenn ihr diese Luftmaschenbögen hier am Häkeln seid, könnt ihr natürlich auch direkt schon Perlen mit einziehen. Das ist auch noch eine schöne Variante. Ich zeige euch jetzt noch, wie ich hier diese Quaste mache. Ich finde das besonders hübsch. Und hier an diesem Ei habe ich auch noch diese Hotfix-Steine dran gemacht. Das sind hier diese Steine mit diesem Kleber hinten dran. Das wird dann mit so einem Applikator hinten, also das wird heiß. Und dann kann man das dran drücken. Es gibt ein extra Video hier in meiner Playlist, für die, die dieses Gerät noch nicht kennen. Könnt gerne mal nachschauen. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ich diese kleine Quaste hier mache. Das ist auch ganz leicht. Dazu steiltet ihr euch jetzt einfach ein Stück Wolle ab. Das dürfte so, ja, Moment, 25 cm ist das ungefähr lang. Na, das legen wir uns jetzt erstmal auf die Seite. So, und dann ziehen wir uns einfach, Moment, schön, so, 15 cm ungefähr. Holen wir uns die Wolle, halten uns das so fest. Und jetzt klappen wir uns das immer wieder hin und her. Na, diesen Vorgang könnt ihr natürlich so oft wiederholen, wie dick diese Quaste nachher halt sein soll. So, ich mache das jetzt gerade so ein paar Mal. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mitgezählt. So, das mache ich auch ganz nach Gefühl. So, beachtet immer halt nur darauf, wenn ihr ungefähr wissen wollt, wie dick es schon ist. Und wir klappen das nachher übereinander, ne? Ja, ich mache noch eins dabei. So, das reicht mir schon. Schneiden wir uns einmal ab. So, jetzt holen wir uns unseren ersten Faden. Den legen wir uns jetzt so längs vor uns. Und jetzt legen wir dieses Stück einfach so da drauf, ne? Einfach drauflegen. Und diesen Faden klappen wir jetzt hoch und fixieren uns das Ganze hier ziemlich in der Mitte mit einem Doppelknoten. So. Diese zwei Fäden unbedingt so nach oben lassen. Die brauchen wir nachher, um das Ganze anzuknoten. Und jetzt holt ihr die beide Teile und streift die so nach unten. Na, sieht man schon ganz gut. Jetzt holt ihr euch wieder eure Wolle. So, legt das ganze Stück hier so dran. Am besten holt ihr das in die Hand, ne? Bisschen umständlich hier. So. Bisschen Faden hier lassen. Und jetzt könnt ihr euch das ausmachen, wo ungefähr, ich mache das immer so circa Zentimeter, anderthalb, ne? Von diesem Knoten hier. Und jetzt umwickeln wir das Ganze einfach so ein paar Mal. So, schön stramm wickeln. Dann schneidet ihr das ab. Und auch diese zwei Fäden, wo wir das jetzt umwickelt haben, das verknoten wir uns jetzt. So, nochmal Doppelknoten. Und dass das Ganze jetzt hier nicht so, ja, doof hier wegsteht, holen wir uns jetzt wieder unsere Nadel. Und jetzt stechen wir hier diesen Faden quasi einmal so nach unten hindurch. Seht ihr? Und dann geht dieser kleine Knoten hier unter dieses gewickelte Bändchen. Und dann sieht das ein bisschen schöner aus. So, den zweiten auch noch einmal durchziehen. Und jetzt könnt ihr euch das Ganze hier unten wunderbar in Form schneiden. Und dann, solange wie ihr das halt haben wollt, schneidet ihr das hier unten einfach so ab. So, das war's schon. Kleine Quaste fertig. Das ist super easy, ne? Jetzt könnt ihr euch euer Ei holen. Wer möchte, kann jetzt natürlich hier noch Perlen mit einfädeln. Na, also könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Äh, kleine Perlen, große Perlen. Ich kippe mir grad, wie das da aussieht. Ne, das sieht doof aus. Das mach ich nicht. Ähm, ich suche nachher noch meine weißen Perlen. Aber ich denke, ihr wisst genau, was ich jetzt meine. Ihr könnt hier Perlen auffädeln. Wir benutzen dann hier diese beiden Fäden, um das Ganze nachher hier unten anzuknoten. Na, und den Rest vernähen wir und schneiden uns dann ab. So, das mach ich nachher in Ruhe. So, fertig, wenn ich meine weißen Perlen hier irgendwo gefunden hab. Jo, die Hauptanleitung haben wir jetzt geschafft. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht mit mir heute wieder. Weil was ganz kleines, ratzi-fatzi-Anleitung für zwischendurch. Macht mega viel Spaß. Ähm, ja, also man kommt wirklich im Moment gar nicht raus mit Eier umhäkeln, ne? Es gibt noch ein weiteres Video mit einem anderen Muster von mir. Das sind immer so längliche Muster nach unten. Das ist von letztem Jahr, das Video. Das ist auch mega schön. Ähm, die Eier werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auch überall aufhängen an den Ostern. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Das findet ihr auch in meiner Playlist, ne? Frühling, Ostern. Könnt ihr mal gucken. Es gibt noch eine andere Version von umhäkelten Eiern hier. Ja, da könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch so besser gefällt, ne? Mit Filetgarn oder Baumwollgarn, hier wie ich es jetzt gemacht habe, dass es ein bisschen stärker ist. Mit und ohne Glitzer. Das würde mich mal echt interessieren. Also ich bin eher so der Favorit Glitzer-Quaste. Ich finde es total kitschig und total mega schön. Jo. Besucht mich gerne wieder auf Instagram, wenn ihr wollt. Schickt mir Fotos. Und habt noch einen schönen Tag. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Tschüss.